Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder eurer TomTV, willkommen zu einem neuen Video und ich muss mal das Handy in die andere Hand nehmen, weil sonst passt das irgendwie nicht ganz. So, ich bin gerade auf dem Weg, mal eben in Penny, mal eben eine Runde einkaufen, dann geht's in den Garten, wo ich jetzt die Kartoffeln eingepflanzt hab. Ja, wollte mal ein bisschen nass machen, weil die Sonne knallt wie Sau, das ist einfach nur geil. Der Sommer ist da, dann guckt man mal, ob da schon was rausgekommen ist. Übrigens wollte ich noch was sagen. Ich habe im Moment ein, ja, ziemliches Problem, sag ich mal, denn ich kann von unterwegs nicht mehr streamen. Ich kann von unterwegs nicht mehr streamen, weil YouTube die Richtlinie zum Streamen geändert hat und dementsprechend kann man nur noch streamen von unterwegs, wenn man, ja, 1000 Abos hat. Ja, moin, geil, danke dafür. Aber ich will gucken, dass ich das mit irgendwelchen Apps oder so hinkriege, dass ich dann doch von unterwegs streamen kann. Normalerweise kann ich jetzt nur noch vom Desktop aus streamen. Ja, ziemlich, ziemlich scheiße. Ich habe es eigentlich immer gern gemacht, es geht im Moment nicht mehr. Ich wollte den letzten Streamen anschmeißen, nö, geht nicht, geil. Habe ich mich echt super gefreut. Mann, 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 Mann. Warum macht man es immer so schwer? Kann man das nicht auf ein bestimmtes Datum irgendwie, sag ich mal, schreiben, dass, sag ich mal, wenn einer diesjahr erst einen Kanal gemacht hat, dann so oder keine Ahnung. Nein, immer diese 1000 Abogrenze, deswegen lasst mal jetzt ein Abo da, damit ich wieder von unterwegs streamen kann. So, natürlich muss er noch geraucht werden in dem Video, weil ohne ein bisschen Assi, geht nicht. Ja, Leute, hier ist das, wo ich die Kartoffeln eingepflanzt hatte. Hier guckt schon eine raus, die war ja allerdings vorher schon drin, habe ich da im Video gesehen. Bis jetzt kommt noch nichts raus. Ich habe jetzt auch nicht im Internet geguckt, wie lange das dauert, bis da irgendein rauskommt. Müssen wir einfach mal gucken, bin ich mal gespannt. Aber das soll ich was. Oh, doch, da. Da kommt eine raus. Das sieht doch schon mal gut aus. Also, die kommen auf jeden Fall. Da kommt auch eine raus, aber ich muss da auf jeden Fall mal Wasser drauf tun. Und jetzt gerade ist das ziemlich, ja, schlecht bei der Hitze da Wasser drauf zu tun. Die brauchen auf jeden Fall Wasser. Die kommen aber. Ah, das sieht doch gut aus. Da ist, da, da, da. Da zieht das schön aus. Naja, bin ich mal gespannt, was das wird. Ich halte euch auch im Laufenden. So, ich habe mich jetzt meinen Schatten gesetzt. Und ich zeige euch kurz mal, was ich so eingekauft habe. Einmal schön Salat. Habe ich gerade Bock drauf. Dann, Bomberl, immer eine nice Sache. Und, warte, ich filme mal in die Tüte rein. Boah, ich bin vollkommen nass geschwitzt. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber, ja, doch an den Haaren sieht man es, glaube ich. Mann, Mann, Mann. Was eine Hitze. Unglaublich. Und es wird ja noch heißer. Bleibt ja nicht dabei. So, Leute. Wieder auf dem Weg nach Hause. Ja, wie gesagt, einfach nur mal kurz im Garten guckt. Salat gegessen hat es gut geschmeckt. War schon gut. Salat geht immer, ne? So. Und dann geht es jetzt wieder ab nach Hause. Ich würde sagen, das war es dann auch von dem Video. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann sage ich mal, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer TobiTV. Ich gucke, dass ich in den nächsten Tagen wieder öfter Videos bringe. Das sage ich zwar oft, aber ich schaffe es halt nicht immer. Aber irgendwie wird das schon klappen. Haut rein, Leute.